Wer in den letzten Tagen seinen Zoom aktualisiert und gestartet hat, wird eine große Meldung gesehen haben, dass es ein neues Whiteboard-Tool gibt. Was es kann, wo die Grenzen sind, schauen wir uns in diesem Video an. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, direkt aus dem Urlaub Zoom aktualisiert gestartet und gesehen, es gibt ein neues Whiteboard-Tool. Und ja, nicht nur die Pop-Up-Meldung weist darauf hin, sondern eben auch ein neuer Button, der in der Zoom-Software dazugekommen ist, nämlich Whiteboards. Diese Oberfläche kommt mir jetzt erstmal relativ bekannt vor, weil ich auch schon andere klassische Whiteboard-Tools wie Miro oder Conceptboard zum Beispiel kenne. Ich habe die Möglichkeit, rechts oben neue Whiteboards anzulegen. Ich habe die Möglichkeit, diese zu teilen mit anderen und so weiter. Und genau das ist auch Sinn und Zweck, den Zoom damit verfolgt, ein Whiteboard-Werkzeug zur Verfügung zu stehen, in dem sowohl synchron in einer Veranstaltung, aber auch asynchron zwischen mehreren Veranstaltungen oder vor oder nach einer Veranstaltung noch gearbeitet werden kann und kollaborativ gearbeitet werden kann. Wie gut das gelingt? Naja, schauen wir uns jetzt hier mal an. Ich starte jetzt erstmal ein neues Whiteboard, was von mir den absolut ultimativ kreativen Namen Test bekommt. So, umbenannt. Und ich sehe, ich habe jetzt hier die klassischen Whiteboard-Funktionen, das heißt einen Auswahlpfeil. Ich habe hier einen Stift zum Zeichnen. Ich habe hier die Shapes, also das heißt Formen, die ich einfügen kann. Ich habe hier Text, den ich einfügen kann. Ich habe hier auch die Sticky Notes, die ich aus anderen Whiteboard-Tools auch kenne, das heißt klassische Karteikarten. Ich kann Bilder einfügen. Ich kann Radiergummi benutzen und habe Undo-Redo-Funktionen und kann auch mehrere Seiten in dem Whiteboard im Prinzip auch einrichten. Also wesentlich mehr, als wir vorher in dem Annotations-Whiteboard-Tool in Zoom zur Verfügung hatten. Wie gesagt, das Ganze findet jetzt vor einer Videokonferenz auch statt. Ich kann im Prinzip ein Whiteboard auch gestalten und auch vorbereiten. Und ich kann auch außerhalb einer Veranstaltung jetzt Menschen dazu einladen, indem ich einfach hier rechts oben auf Share klicke und jetzt die Kontakt-E-Mail-Adresse der Person eingebe. Wichtig ist, und das ist jetzt auch schon mal so eine kleine Hürde, diese Person braucht einen Zoom-Account. Das heißt, ich muss die Mail-Adresse von dem Zoom-Konto dort eingeben, damit die Person über dem Browser an dem Whiteboard auch arbeiten kann. Ich kann die Rechte festlegen, Editor, Kommentar, Viewer oder Co-Owner, das heißt nur anschauen, kommentieren oder auch bearbeiten können, wie wir das auch in anderen Whiteboard-Tools haben und kann mir mit dem Copy-Link-Button einen Link in die Zwischenablage kopieren, den ich dann per Chat oder per Mail an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann auch weitergebe. Soweit kennen wir das auch aus anderen Whiteboard-Tools. Das Ganze läuft soweit auch ganz okay. Interessant wird das natürlich, wenn ich das jetzt innerhalb einer Videokonferenz verwenden möchte und dann schauen wir mal, ich habe jetzt hier eine Videokonferenz vorbereitet mit zwei Clients. Das ist der Mac-Client hier auf der einen Seite und über mir in einer virtuellen Maschine der Windows-Client und einfach mal zu schauen, wie das dann in der Live-Situation aussieht. Und direkt fällt auf, es ist ein neuer Button mit Whiteboards hinzugekommen. Und klicke ich auf diesen Button, bekomme ich jetzt eine Übersicht von den von mir erstellten Whiteboards. Das heißt, hier sieht man auch das Test-Whiteboard, was ich eben gerade erstellt habe. Ich kann jetzt auch noch mal festlegen, Zugriff für Zuschauer nach dem Meeting zulassen und die Bearbeitungsrechte, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können bearbeiten oder sie können nur anschauen. Und dann klicke ich auf Öffnen und Zusammenarbeiten und schon steht das Whiteboard allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Zoom-Konferenz zur Verfügung, die dann hier eben auch aktiv mitarbeiten können und eben auch, ich sage mal, eigene Inhalte auch eintragen können. Als Host habe ich natürlich auch die Möglichkeit, ich sage mal, das Whiteboard ein bisschen zu steuern. Ich kann das auch exportieren. Ich habe dann hier am oberen Rand auch eine Übersicht über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und kann natürlich über den roten Button Whiteboard schließen, das ganze Whiteboard dann auch beenden und wie gesagt, das Ergebnis, das wird dann auch entsprechend im Zoom-Ordner des Computers dann auch abgespeichert. Soweit erstmal eine super Sache. Wir arbeiten sehr viel mit Whiteboards in Zoom-Konferenzen und es ist für einige immer noch so eine kleine Hürde, dann den Browser zu öffnen und in einem zweiten Tool parallel zur Zoom-Konferenz zu arbeiten. Allerdings hat das Ganze auch so ein paar kleine Hürden, die mir noch nicht so ganz so gut gefallen. Punkt Nummer eins ist nämlich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwangsläufig den Zoom-Client nutzen müssen. Also das heißt, die aktive Mitarbeit in dem Whiteboard ist nicht über den Browser und auch nicht über ein Tablet möglich, sondern die Personen müssen in der Tat die Zoom-Software auf dem Computer installiert haben. Ein Benutzer-Account ist nicht erforderlich, das heißt, die müssen sich nicht bei Zoom registrieren, aber ja, ein Zoom-Account, der ist absolut notwendig. Zweiter Hinweis, was mir noch so aufgefallen ist, es gibt Einrichtungen, die nutzen eine datenschutzfreundlichere Variante von Zoom, die sogenannte On-Premise-Lösung, wenn die über eigene Rechenzentren laufen. Da kann es passieren, dass die Whiteboard-Funktion nicht so wirklich funktioniert. Das liegt, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber es ist einfach aufgefallen, dass wenn ich die Lizenz umschalte von lokal On-Premise auf lizenziert, also über die Zoom-Server, dann funktioniert es nicht, beziehungsweise es funktioniert, wenn ich es auf die Zoom-Server umschalte. Das heißt, alle Leute, die eine generelle Zoom-Lizenz haben, da funktioniert das Whiteboard-Tool. Diejenigen, die die On-Premise-Lösung nutzen, ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Das war bei Zoom-Apps auch nichts anderes. Das hat am Anfang auch nicht funktioniert, aber nach einigen Wochen wurde nachgeliefert. Von daher finde ich das einen sehr guten Schritt in die richtige Richtung. Kollaboratives Arbeiten in Videokonferenzen, Beteiligung fördern und auch die Menschen ansprechen. Aber schreib du mir einfach mal in die Kommentare, ob du das Whiteboard schon mal entdeckt hast, ob du damit schon gearbeitet hast, Erfahrungen damit gemacht hast. Sind ihr oder seid ihr damit zurechtgekommen in der Veranstaltung? Würde mich brennend interessieren. Lass einfach einen Kommentar da. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.